Wo ich so denke, boah, ich habe gar keinen Bock mehr, das funktioniert doch sowieso alles nicht. Ja, das sind so Lügen, die, ne, wenn die viel Volumen in deinem Leben haben, dann haben die auch viel über dich zu sagen. Ich kann ja gar nicht sagen, genau warum beruflich viel Stress, man sollte einfach mal raus. Wenn ich alleine gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich sogar zurückgegangen, ja. Ich musste hier erstmal, ja, lernen, dass ich selber auch ganz viel Einfluss darauf habe, aber welche, ja, welche Story, welche Überschrift über mein Leben steht. Ja, was ich hier echt mitnehme, das ist was richtig Großes, weil wir können das schon sagen, wir können alle schaffen. Ja, ich sag mal, du sprichst die Grenzen deiner Vorstellung. Komm, das schaffst du, das schaffst du. Das ist das Einzige, was du jetzt noch schaffen willst. Das war der Wahnsinn, echt. Die anderen mehr an mich geglaubt haben, als ich an mich selber, hat es dann am Ende doch geklappt. Ich hab's geschafft, aber ich bin da total stolz drauf. Also was ich wirklich toll fand, war dieser ganzheitliche Ansatz und das macht es für mich zu einer einzigartigen Mischung. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, dass ich ja.